hallo ihr lieben heute jetzt endlich das heiß ersehnte video zum weil wir öfter mal gefragt wurden jetzt sind die drei neuen produkte da aber was ist denn überhaupt alles drin wir haben schon einzelne videos zu den produkten auf unserer webseite aber jetzt gibt es ja dieses bundle zu diesem super unschlagbaren superpreis und ja was ist in diesem wandel drin welche produkte und vor allem was ist in den produkten drin und was können die produkte ja also einfach so zutaten liste et cetera sobald wir die haben können wir die hochladen es gibt jetzt auf dem ich sag mal auf dem amerikanischen shop schon die inhaltsstoffe die werden wir einfach reinladen wir wurden einfach jetzt gebeten von unseren zufriedenen kunden von den natts ob wir kurz und knapp ein paar infos geben können und wir müssen auch eine kleinigkeit korrigieren denn vom eiweiß her gibt es momentan in dem wandel nur birthday cake geschmack also geburtstags hochengeschmack super lecker müsli super lecker als protein oder zum backen also man kann es gut verwenden da werden wir auch in der facebook gruppe einige tipps dazu reingeben allerdings enthält das eiweiß keine ketone man kann jetzt einfach eigene ketone reinmischen es ist mehr eiweiß dafür drin mehr mct und lysin was auch noch mal ein guter ketose booster ist also damit haben wir auch schon mal das eiweiß produkt eigentlich kurz und knapp erklärt worum wir gebeten worden sind und das zweite produkt mitoblex das kann ich einfach kurz noch erklären oder magst du ergänzend krim ist so das was die frauen lieben aber mitoblex ist einfach so ich merke ich bin total weiß weil wir oft mit rollermaske fahren ok also mitoblex enthält mehrere mineralstoffe vor allem kalium magnesium alles was wichtig ist für den ketose stoffwechsel aber auch für die mitochondrien deswegen heißt es mitoblex so die mitochondrien tun dir helfen dabei aus fetten energie zu gewinnen also es hilft ihr bei der fettverbrennung ist es das beste supportprodukt meiner meinung nach um dem körper zu helfen selber besser zu werden in der ketose also ein eiweiß kann ich rausschmeißen aus der ketose aber du tust mct dazu also hast fette dabei dann passiert das nicht kann sogar dann unterstützend wirken das mitoblex gibt quasi deinen zellen die nahrung die sie brauchen besonders wenn du im ketose stoffwechsel sein möchtest das ist noch vitamin d dabei und pqq das ist so ich sag mal ein ein ganz ganz wichtiger nährstoff für die mitochondrien viele kennen das mit kozim q10 aber das ist jetzt einfach wirklich was wo noch gar nicht so lange erforscht ist aber auch die ärzte mit denen ich arbeiten auch die selber produkte rausbringen eben immer pqq also das heißt das ist was ganz ganz spannendes was drin ist sind noch ein paar andere sachen mit drin wir werden die inhaltsstoffe dann noch hochladen aber wie gesagt kurze info keto cream da gehen die frauen total ab war also kurz noch zu mieter flex es ist nämlich mit geschmack es ist mit zitrus geschmack es gibt limette zitrone und orange in einer packung sind 30 stück drin und es schmeckt so lecker mit den ketonen also auch wenn die ketone bis süß sind mit mitoblex zitrus drin oberlecker was very lemonade mit mitleid mitoblex kann man auch ein traum und wir hatten es ja aus den usa schon immer mal getestet da gab es das nur ohne geschmack zu beginn und die konnte man wirklich nur mit getrun trinken jetzt das mitoblex kannst du auch pur mit wasser und gerade die die zum beispiel sport machen es ist noch kreatin drin für die muskeln hammer und zum anderen wir zum beispiel sind öfters mal nüchtern wandern gegangen nur ketone getrunken und da war es dann halt auch so wenn du dann viel schwitzt und so verlierst du mineralstoff für den stoffwechsel ist noch mal höher durch die ketose da hätte ich mir manchmal gewünscht mitoblex zu haben ich hatte es nicht immer zur verfügung aber gerade für die sportler super genau oder halt in der ketose weil man in der ketose hat auch relativ viel wasser ausscheidet wenn man ja auch auf toilette geht und damit dann auch elektrolyte ausschaltet die man dann ganz einfach mit so einem sachet wieder auffüllen kann aber zu keto cream keto cream ist ein geniales produkt ich nehme es auch super gerne für süßspeisen oder auch zum backen weil es nicht nur mega lecker schmeckt also im kaffee oder auch im tee im kaffee erinnert ist ein bisschen an starbucks latte aber ohne zucker und im team chai tee schmeckt es auch richtig richtig lecker also keto cream das ist einfach eine zusammenstellung an hochwertigen fettsäuren also super fettsäuren technologie die dahinter steckt plus vier verschiedene typen von kollagenpeptiden also es gibt zehn insgesamt kollagenpeptide und wir also den meisten kollagenprodukten ist nur 1 und 2 drin also meistens nur zwei wir haben vier im keto cream und vor allem kollagenpeptide die nicht nur für haut haare und nägel gut sind aber auch für die gelenke für den knorpel für die knochen alles was thema rundheilung also narbenheilung aber halt vor allem auch einfach die haut macht also für haar wuchs für die nägel also das ist wirklich super super toll und vor allem was es so besonders macht die meisten anderen kollagenprodukte die enthalten rinder und schweine kollagen weil das einfach am günstigsten ist und am besten am meisten verfügbar das keto cream enthält zum einen eierschalen kollagen und auch hühner kollagen genau es ist nicht vegetarisch aber also es ist nicht so viel davon drin es ist ausreichend drin dass die einzige pro tag genügt wenn du das über mehrere tagen über mehrere wochen nimmst wirst du schon tolle ergebnisse feststellen aber es ist jetzt ich bin vegetarierin und ich sage mir okay das bisschen an hühner kollagen kann ich dann schon verschmerzen weil es ist wirklich nicht so viel aber es ist ein super produkt also für alles was rund ums thema schönheit ist aber eben auch unterstützt also ich hätte das nie so gut erklären können ich trinke es einfach super gerne im kaffee ich weiß du trinkst ja nicht so viel kaffee du trinkst es im tee gerne kannst mit wasser mischen ist es weniger süß für den europäischen markt also ich bin dann echt gespannt und ja was ist das ganz ganz besondere jetzt gerade wir wissen nicht wie lange das bundle verfügbar sein kann ich weiß manche so ich hätte gerne nur dass die anderen und es ist wie es ist wir können es nicht ändern es gibt dafür ein super bundle preis jeder der ein smart chip hat man kann sich auch kurzfristig einrichten kriegt 22 prozent geben auf das das heißt für unter 200 euro kriegst du alle drei produkte zum testen sind support produkte die dir helfen den ketosis stoffwechsel zu unterstützen allgemein fettverbrennung gesunder lifestyle etc wenn du da fragen hast schreibst uns in die kommentare schick uns eine anfrage whatsapp instagram facebook ganz egal wir versuchen dir zu helfen und ja lasst es uns kurz halten darum wurden wir gebeten weil einige uns gesagt haben sie haben nicht so viel zeit also wichtig ist schon recht lang vorbei weiß sechs minuten 39 ist doch voll okay wir haben euch ganz kurz hier unsere private kulisse hier auf bali reingucken lassen es ist eben bei uns schon nacht aber der dringlichkeit halber haben wir uns jetzt schnell hingesetzt und das gemacht wir tun auf youtube in die kommentare auf den link rein also wenn ihr einfach fragen noch weiterhin habt auch zu inhaltsstoffen noch mehr wissen wollte in unserer facebook gruppe gibt es jetzt auch seit heute ein kurzes video wo die drei länger ist über 20 minuten wo die ganzen drei produkte erklärt werden ansonsten können wir euch auch immer weitere auskunft geben wir kennen die jetzt auch schon relativ gut haben dieselbe auch getestet schon mal zu hause gehabt zu keto cream hat anna ein stunden webinar gemacht also so genau kann man das nicht erklären aber genau also einfach da ist so er verzeiht uns wenn wir die inhaltsstoffe noch nicht haben es ist ganz neu gerade eben da sobald wir es haben laden wir es auf die webseite oder ihr guckt selber auf den amerikanischen seiten vorsicht wenn ihr einfach googelt es kann sein dass ihr einfach über den amerikaner bestellt wo keine betreuung da ist der gibt es einen der sich auch mal keto coach nennt also wenn das dann einfach als link da steht und seid ihr in der falschen adresse genau aber jetzt kurz und knapp wir sind wieder für euch da und bis dann, meldet euch bei Fragen. Ciao, ciao!